ARD Text im Auftrag von Funk Bevor ein Lapp kommt Ey, ey, nein! Oh, oh, oh Nein, 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 nein Ah, ha, ha, ha Ah, ha, ha Oh, das geht's Okay, das geht's Das ist mal, äh, weiter links Weiter links, du musst aufhören Äh, ich bin hier noch rechts vorbei Ich bin hier noch rechts vorbei Ach so, eine verbotene Zone, rechts vorbei Ja, nein, was machst du? Ja, ich hätt Ups Oh, Tempo Jetzt links, addocken Addocken Ahoi, ey, lass raten So, okay Ähm Was steht hier? Ähm Was, nein, 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 nein Nein, nein Wo bin ich? Wo bin ich? Unten drunter Och, nee Was denn? Nicht in der Herbst Kannst du den nutzen? Okay Einen hab ich schon mal Ja, kein Ding Boote und, äh, Holzdinger vertragen sich immer gut Kann mich, kenn mich aus, Herr Gehen wir doch schon Das wäre cool, wenn man selber noch Bäume anpflanzen könnte Ich mach die meine, tschöööö Was machst du? Ja, ich mach die jetzt Achso Oh, Alter Das geht mir so grad auch im Sack mit der Ausdauer Ja Ich brauche auch was zum Essen Ich brauche auch was zum Essen Ich brauche auch Ah, jetzt weiß ich was mit dem Benzin machen können Wir brauchen die Motorsäge Aha Dann Dann macht es auch viel mehr Bock, Bäume zu fällen und Gegner umzubringen Kann ich mir vorstellen So, nächster Baum Ach, nee Wo bist du? Wo ist die Tante? Na gut, ich sehe sie nicht Oh, Ausdauer Oh, Ausdauer Oh, das funktioniert sogar nicht Cool Na, mir fehlt noch genau die Kräuter für den Energy Mix Ah, das geht Einschlagen und dann ist die Energie weg Super Ah Ah Schnarch Okay Die Dorfbewohnerin da hinten dreht ein paar Kreise Ich komme mal kurz zu dir In jedem Fall Ausdauerprobleme und ich bin besucht mit Zweifachen besucht Ja, komm her, du Können wir richten den Bogen jetzt Ja Ich habe ja völlig extra für dich einen brennenden Pfeil Dringend Energie, dringend Ah Ah Jo Wo bist du? Ja, was soll ich ausrichten? Oh, die ist schwarz Oh Helfen Helfen Warte, du hast ne Idee Habe ne Idee, warte Halt durch Ach, das würde ich nicht Welche Da kommt ran hier Da brennt euch alle Haha Achja, das Fleisch das können wir gut aufheben wow, musst du sehen? hast du alle? nein ja, guck mal, die Brennpiene Lagerfeuer, 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 ich brauche ein Lagerfeuer drei Jahre später so ungärtlich kann ich mal und bin, aber das ist schon lecker und die beiden, die ich schon kann natürlich, ne? wo ist das Lagerfeuer hin? weiss ich nicht keine Art der Craft mit du willst wir hatten hier doch eins aufgestellt ja, hier ist der Craft 1 geht never kaputt ah, ich war noch ich war halt Sticks, hast du noch Sticks? ich glaube, ich habe alles dafür ja, drei Sticks fehlt ja, besuch, oder? komm schnell mal zurück, sonst bekommen wir wieder Besuch von irgendwelchen du hallo sind das an ach ja, ne, ich wollte das Fleisch geht mir hast du das Lagerfeuer? ja, hab ich schon hast du, warum bin ich die Häte weiterflichtiger Zeit? was? bin ich die Häte weiterflichtiger Zeit? oh, sorry ich lass den Rest vom Körper mal hier liegen vielleicht fällt das Fleisch dann nicht so schnell ernsthaft ne! halt der Maul! ich will dich nicht heiraten Aschloch manchmal habe ich auf jeden Fall frech geworden die Alte ist auch nicht, weil das was immer war so was? äh, ups lecker Fleisch ja, endlich äh, ich geh vorne direkt ach, jetzt ist das Lagerfeuer da, ernsthaft? eh redest du wow und hier ist der Dorf irgendwo da rum rente weg also, der Dorf ist auch da unten rein ey, mal gucken, ob wir schlafen können hier, wo ist der Kleinhütte? ja, super ähm, ja, können wir machen guck, dafür ist die Hütte gut gewesen dass wir hier schlafen können, ohne dass wir das Boot wissen naja, das Boot ist ja auch jetzt mega weit entfernt, ne? ja, okay irgendwas gesagt, oder? was? irgendwas gesagt? nö, nö gut besser ist, ne? hör, raus jetzt her was war das? was denn? irgendwas ist gerade kaputt gegangen natürlich ich glaube es war ich hier drinnen echt? ich glaube, ja Mensch, wir haben irgendwas kaputt gegangen, weil wir hier draufgekommen haben und kurz alle aber es kann sein, weil guck mal, hier ist noch ein Lagerfeuer aufgetaucht hier stimmt das könnte jetzt echt sein kann man da wie rein gucken? ne, es ist zerfallen da drin alles warte mal, das kriegen wir ja schnell hin ja, ich sehe es nicht mehr drin ich sehe es nicht mehr drin ich sehe es nicht mehr drin siehst du da was? ich habe den Durchbruch oder was? ich mache es auf, warte nein, nein, warte, 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 warte eine Wand hol mal das Schiff hier ran da ist ein Loch jetzt oben drin da ist ein Loch jetzt oben drin dann können wir vom Schiff von der Plattform oben rein springen ich weiß nicht, wie der rauskommt 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 kann man jetzt hier irgendwas trinken? ne, ne ok, und äh, vollgas muss das nur noch drehen, ne und und wegwurz na, ein Stück warte, ein Stück nein, einfach vollgas und wir sind drauf da hat gedockt oh, du Idiot, das kommt sie nicht mehr raus es ist zumindest leer ähm ja ja ja, Moment jetzt ah jetzt haben wir hier einen kleinen Bunker super, jetzt ist das wieder frei die Behindert toll toll, toll, toll und dafür so ein riesiges Aufwand, ey das haben wir eben alles oh Gott ähm ähm holzbaut ja ja ich grüß was aber bis zu fleisch machen weil ich keine ähm am, äh verhungern will ich fühle, dass das menschenfleisch nicht so lange hält und was wir auch machen sollten ist ähm eine Plattform machen mit einem Garten drauf ah für Aloe Vera genau, für alles mögliche halt was zum feck was los oh oh was los äh da hinten, äh stolziert etwas fettes durch den Wald und hier unten auf dem Boden kriegst du ein kleines etwas, so ein lebendes Baby oh nein weg, die ist ekelhaft geh weg geh weg Mario, die ist ekelhaft ich will keine Pisten in meinem Haus haben aber das fette Ding ist da hinten unterwegs ja das fette Ding ist da noch fett sein, dass es uns nicht fett stört und das Kind getötet hm was lerb dich an Kinder Kinderermördung ach ne oh doch es sind auch noch Spinn-Typen ja, ist das die Ding-Dinger oder nicht? ja ja, es gibt drei Ungeheuer-Typen ähm äh wie, drei? ja es gibt so eine fette Body-Kugel dann den Spinn-Typen und dann noch so ein äh, Octopus-Typen ah oh 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 Gott, oh lauf jetzt haben wir ein Problem oh Gott alter, die haben unter den noo hohoho nein fuck 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 lauf, lauf weiter und immer lauf... nein das ist auch der nächste oh 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 hat auch gespult und will wieder hier zurückkommen oh Gott ah Mario, ich bin gepresstet alter, das Ding spricht auch noch das Ding ist auch gesprungen los, los nein, warte, 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 du hast doch einen Bogen ja, Mann, die könnten das hier lass uns mal... ich... 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 als das mal auf dem Boot war sind die hier drauf gesprungen und haben wir... nein, der ist unten drunter hier an der Plattform links hä? was macht das Vieh? ah, ist gest... ah, ist gest... ah, ist das soff... der fett, ah, ist das soff... haha, du fettarsch oh, Mario hätte ja mal die Sippler entnehmen sollen ja also, ich habe ja keine Feinde mehr, glaube ich was brauchst du dafür? äh, ich guck gerade Fehler? Dix brauche ich nix, hast du Sticks? nur einen ja, reicht ja, ist gut da hinten, halt die Klappe halt, halt, was zum Fick äh, wo ist das Ding denn? so, jetzt hier äh ok, lass mich kurz gucken wie es funktioniert ich gehe damit nicht an schau den an ja, ja, das ist auch kurz, ja, der lebe ich ich habe Hunger also, ich brauche was? nein ich hab die auf dem Zeitpunkt oh ah ich habe Pfeile ich werde either mal ach und Moment bitte da hast du noch mal kurz los flog lift jetzt Fertig. Ist er denn getötet oder was? Ja. Geh ab. Dauert zu lange. Oh ja, da hast du durchaus recht, aber... Und ich hab Hunger bekommen. Hast du auch Hunger? Nur das? Nee, komm weg. Kann nicht nur. Oh. Fuck. Was denn? Oh Gott, das ist einer Fall zerstört. Was jetzt? Was zum... Okay, sag ich Pfeiler, Mario. Wo sind sie? Tot. Wie tot? Sehr tot. Sehr tot. Hä, wie schieb ich nochmal mit links liegt, ob ich hier nicht oder? Ich glaub ja, ich glaub, ich glaub, ich muss erst mit, äh, irgendwie einspannen. Ich hab's. Kann man mal den fetten Nöw jetzt an? Nee, nee. Bitte? Die fette Kugel hab mich ganz schnell erschrocken, wollte man so gesagt haben. Major... Major... Kannibalism. Ich glaub, ich habe von jeder... Kannibalsorte einen Typen gefressen. Cool. Kann man jetzt so oder so sehen, ob's cool ist, ne? Kann man jetzt so oder so sehen, ob's cool ist, Mario. Ja, gut. Ja, ne? Also, ich weiß ja nicht, wie das in echtem Leben ist, aber ich find das ist nicht so toll von allen Menschen. Ich fände ja auch von, äh, schwarzem, äh, weißem und so. Was steht denn da? Was steht denn da? Das sind ja die gelben. Und die lila gibt's ja auch noch. Was, lila? Ja, klar. Wo gibt's die denn? Äh, in Japan. Lila. In Japan. Genau, in Japan. Klar. Ja. Ja. Ne, ist wirklich so. Sind die gelben? Nein. Ja, Mann. Nein. Kommt nochmal schön Rassismus-Talk. Ähm, bitte? Was? Gibt's nicht, Rassismus. Wie, wot, Rassismus? Wer hat das gesagt? Ernsthaft, jetzt hab ich wieder alle Steine? Was für... Egal. Hä? Egal. Wie viel Holz hast du mittlerweile? Äh, fünf. Okay. Komm schon. Okay. Äh, ich glaub, wir kommen ein bisschen mehr Holz raus, als ich gedacht habe. Okay. Äh. Aus dem Weg! Hier, den Berg hochfliegen noch zwei Baumständer. Äh? Ja, du. Äh, Doppelbohrner. Sie kommt zu dir. Hä? Ach, Mann. Das hört man sich nervt. Ah! Ah! Jo, Alter. Alles klar. Weg mit euch! Ihr Narren! Ah! Headshot! Alter! Oh! Ey! Ich verstehe mir das aus! Okay. Äh. Ich verstehe mir das aus! Äh. Ich verstehe mir das aus. Okay. Ja, ich verstehe mir das aus. Ah! Ah! Ja! 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 Ich verstehe mir das aus. Ja! Ist gut! Ja! Nein! Ja! 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018